Du willst Shelly mit Node-RED verbinden? Kein Problem. In dem Video zeige ich dir die verschiedenen Möglichkeiten, die du hast, um deine Shelly-Komponenten mit Node-RED zu verknüpfen und wir schauen uns dann auch an, wie man beispielsweise über einen KNX-Taster mit Hilfe von Node-RED Shelly-Aktoren schalten kann. Das alles nach dem Intro. Bleib also dran! Hi! Erstmal herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Wenn du Shelly mit Node-RED verbinden willst, dann hast du mehrere Möglichkeiten und ich möchte dir jetzt mal die verschiedenen Varianten zeigen. Dafür bin ich hier in meiner Node-RED-Installation und an Shelly-Geräten habe ich einmal einen Shelly Plus 1 und einen Shelly Pro 3 EM. Beide habe ich noch auf die neueste Firmware gezogen, die 014.1. Das Ganze sehen wir hier unten. Und die einfachste Variante, Shelly-Geräte in Node-RED hinzufügen zu können, ist über die Palette. Dann klickst du auf Installation und suchst hier einmal nach Shelly und dann gibt es die Node-RED Contrib Shelly. Das ist eine Bibliothek, die eben dazu dient, Shelly-Geräte mit Node-RED zu verknüpfen. Ich installiere das Ganze mal und allzu komplex ist diese Bibliothek letzten Endes auch gar nicht. Denn wenn wir uns das Ganze hier neben mal angucken, dann gibt es hier genau drei Nodes. Es gibt einmal Shelly Gen 1, Shelly Gen 2 und die Shelly Cloud. Also das sind schon mal die ersten zwei Möglichkeiten, die du hast, Shelly-Geräte in Node-RED zu integrieren. Entweder baust du eine Kommunikation direkt zu dem Shelly-Gerät auf oder aber du kannst auch die Shelly Cloud nutzen. Wenn du beispielsweise deine Node-RED-Installation nicht im gleichen Netzwerk hast wie die Shelly-Geräte, dann ist die Variante über die Cloud natürlich eine Option. Wir fangen jetzt mal an mit dem Shelly Plus 1. Das möchte ich einfach mal mit Node-RED verknüpfen und in der Visualisierung von Node-RED einfach mal anzeigen. Dafür verwende ich jetzt hier das Shelly Gen 2 Node, denn bei dem Plus 1 handelt es sich um ein Gerät der zweiten Generation. Ich mache einen Doppelklick hier drauf und dann muss ich jetzt hier einmal definieren, um was für ein Gerät es sich handelt. Das ist jetzt bei mir ganz klar ein Relais, Shelly Plus 1. Dann muss ich die Host-Adresse, also die IP-Adresse dieses Shellys hinterlegen. Hier kann ich jetzt noch eine Beschreibung hinzufügen, also beispielsweise Relais. Ein Passwort, wenn ein Passwort festgelegt ist, das habe ich nicht. Und hier kann ich jetzt einstellen, wie die Kommunikation ablaufen soll. Polling bedeutet, dass die Node-RED-Installation zyklisch, nämlich alle 5000 Millisekunden, also hier jetzt in dem Fall alle 5 Sekunden, den Shelly auf den aktuellen Zustand abfragt. Ich kann aber auch die Kommunikation ganz deaktivieren, dann kriege ich keinen Status vom Gerät raus. Oder ich kann einen Callback hinzufügen. Callback bedeutet, dass die Abfrage nur dann erfolgt, wenn vom Shelly auch eine Änderung hervorgeht. Ich stelle das Ganze hier erstmal auf Polling, 5000 Millisekunden. Und dann möchte ich den Shelly jetzt so einstellen, dass ich nach jeder Abfrage hier die Info auch rausgeschickt bekomme. Ansonsten passiert das Ganze nur nach Änderung. Also wenn sich der Zustand des Shellys geändert hat. Klicke hier jetzt einmal auf Fertig. Dann machen wir einen Debug-Node. Das verknüpfen wir hier einmal ran. Deployen das Ganze einmal. Und dann sollten wir jetzt hier gleich sehen, im Debug-Fenster, dass jetzt zyklisch wir die Info bekommen von unserem Shelly. Nämlich einmal den Input, also den Binäreingang, den das Relais hat. Und dann einmal den Ausgang. Wenn ich den Shelly Plus 1 jetzt hier einfach mal über die Web-Oberfläche einschalte, dann sehen wir jetzt hier im neuesten Nachrichtenobjekt, dass hier geschaltet wurde. Und wir sehen auch, woher dieser Schaltbefehl kam, nämlich über den Web-Server. Also, soweit schon mal so gut. Ich deaktiviere hier mal kurz das Debug-Fenster. Wir können damit jetzt also den Zustand unseres Relais zyklisch abfragen. Jetzt wollen wir ja aber das Ganze über Node-Red auch schalten. Und dafür installiere ich mir jetzt hier noch zusätzlich eine Palette, nämlich das Dashboard. Wenn ihr mehr zum Dashboard wissen wollt, hier oben habe ich euch das entsprechende Video verlinkt. Ich nehme mir jetzt hier einfach mal so ein Schaltobjekt. Und wir können ja einfach mal probieren, was passiert, wenn ich das hier hinten hinzufüge. Wir machen mal noch einen Debug-Node dazwischen, dass wir sehen, was passiert. True und False werden entsprechend verschickt. Jetzt muss ich hier noch ganz kurz das Dashboard einmal anlegen. Ich übernehme das Ganze einmal und dann wechseln wir mal rüber in das Dashboard. Und wenn ich das Ganze jetzt hier bediene, dann sehen wir zwar, dass hier True und False verschickt wird, aber das Ganze kommt nicht auf unser Relais an. Warum? Na ja, dafür müssen wir jetzt hier mal in die Dokumentation gucken. Denn was hier genutzt wird letzten Endes, das ist das RPC-Protokoll, was bei den Shelly-Geräten hinterlegt ist. Und um jetzt zu schauen, was für einen Befehl wir verschicken müssen, dafür müssen wir in die API von Shelly gucken. Denn hier wird jetzt beschrieben, wie das Gerät aufgebaut ist und welche Befehle es gibt. So gibt es dann hier auf dieser Dokumentationsseite den Reiter Devices und hier können wir uns dann die einzelnen Geräte anschauen. Und interessant sind für uns jetzt diese beiden Komponenten. Also so ein Shelly-Gerät besteht aus, ja ich sag mal, verschiedenen Software-Komponenten. Also es gibt die Komponente System, Wi-Fi, Cloud, MQTT etc., für die es alle bestimmte Befehle gibt, die wir auch darüber auslösen können. Aber für uns interessant ist ja der Switch. Damit wollen wir ja jetzt etwas machen. Also klicken wir einmal hier rauf und sehen dann, dass es diese Methoden hier gibt. Es gibt einmal Switch Set. Damit können wir auf einen bestimmten Wert setzen. Wir können das Ganze toggeln, den Ausgang, also hin und her schalten. Und wir können hier noch ein bisschen etwas an der Konfiguration ändern. Und genau so müssen wir jetzt auch unser Nachrichtenobjekt konfigurieren. Das heißt also, wenn wir die Methode Switch.Z verwenden wollen, dann sehen wir hier die Parameter, die zu dieser Anfrage gehören. Nämlich einmal die ID und ob wir auf ein- oder ausschalten wollen. Jetzt ist aber die Frage, wie muss das Nachrichtenobjekt hier in Node-RED konfiguriert sein? Dafür gucken wir mal kurz in die Dokumentation bzw. in die Beispielapplikation von dieser Node-RED-Palette. Und hier sehen wir schon das Beispiel für die Methode Switch.Z. Das bedeutet also, wenn wir eine Methode aus dieser Shelly-API aufrufen wollen, dann müssen wir einmal die Methode benennen, die wir verwenden. Also hier Switch Set, Switch Toggle etc. Und dann nochmal zusätzlich die einzelnen Parameter. Und das können wir jetzt einfach mal konfigurieren. Ich mache das jetzt erstmal mit einem Inject Node, damit wir das Ganze einfach mal testen können. Also wir konfigurieren uns jetzt hier das Message.Payload-Objekt über ein JSON-String. Das heißt, wir haben einmal die Method Switch.Z. Und dann haben wir nochmal zusätzlich die Parameters. Und die können wir jetzt hier in einem eigenen Objekt nochmal näher definieren. Und da haben wir ja die Parameter ID. Das ist jetzt hier bei dem Shelly 1 relativ simpel. Es gibt nur ein Gerät. Hier fehlt noch das Komma. Dann der Wert ON. Also auf was soll geschaltet werden? Da sage ich jetzt hier TRUE. Und dann haben wir hier noch den letzten Befehl, den Toggle After. Das ist ja ein optionaler Befehl, also den müssen wir hier nicht hinzufügen. Das heißt, damit haben wir das Ganze auch schon fertig konfiguriert. Ich mache jetzt nochmal einen zweiten Inject Node, den ich mir einfach nur kopiere. Und hier stelle ich den Wert jetzt einfach mal auf False. Dann können wir das Ganze einmal mit dem Shelly hier oben verknüpfen. Und dann einmal ausprobieren. Ich hatte jetzt hier noch einen Fehler, und zwar diese Kolons. Die sind hier natürlich zu viel. Beziehungsweise die Gänsefüßchen. Jetzt können wir das Ganze nochmal ausprobieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt einschalte, dann sehen wir, passiert das hier drüben auch bei Shelly. Also in der Web-Oberfläche sehen wir das Ganze. Und ich höre das Relais hier auch hinter mir klacken. Also darüber können wir jetzt das Relais einschalten und ausschalten. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hier mit diesem Switch kombinieren möchte, dann mache ich das am einfachsten hier über so einen Change Node. Und dann kann ich nämlich folgendes machen. Ich kann jetzt hier einmal den Payload mir kurz zwischenspeichern. Also ich lege hier eine Variable an, Message.temp. Da kopiere ich den Wert aus dem Payload raus. Weil den Payload, also das eigentliche Nachrichtenobjekt, das wandle ich jetzt um in ein Objekt. Und da kopiere ich mir jetzt einfach das, was ich hier hatte. Nur mit dem Unterschied, dass ich hier on erst einmal leer lasse, beziehungsweise nicht setze. Und dann können wir nämlich Message.payload.parameters.on auf den Wert setzen Message.temp. Also das, was wir hier oben kurz zwischen kopiert hatten. Und können dann auch einmal noch Message.temp löschen. Weil das brauchen wir ja dann nicht mehr. Das bedeutet, ich mache hier nochmal einen Debug-Node dazwischen, dass wir sehen, was hier eigentlich passiert. Deploye das Ganze einmal. Und dann können wir das Ganze auch mal ausprobieren. Also jetzt schalte ich ein. Wir sehen auch, ich hatte vorher nochmal ausgeschaltet, aber der Shelly war schon ausgeschaltet. So sieht dann letzten Endes die Nachricht aus. Also aus dem False, was hier vorne geschickt wird, wird dann hier dieses Nachrichtenobjekt hinter dem Change-Node. Und damit kann ich dann den Shelly plus 1 hier rüber schalten. Also das ist die erste Variante, wie ich Shelly mit Node-RED verknüpfen kann. Eben über die direkte Verbindung. Dasselbe funktioniert natürlich dann auch mit dem Shelly Pro 3 EM. Also auch dafür nehme ich mir dann einfach hier so ein Shelly-Node. Konfiguriere das hier einmal. Das handelt sich ja dann hierbei um eine Messung. Wieder die IP-Adresse. Das wäre jetzt ein Messgerät. Auch hier pollen wir mal alle 5 Sekunden wieder mit einem Debug-Node. Und dann sollten wir hier auch gleich die Nachrichten von dem Messgerät sehen. Auch das ist der Fall. Also das funktioniert soweit wunderbar. Problematisch ist es ja dann, wenn ich zum Beispiel von meiner Node-RED-Installation keinen Zugriff auf meinen Shelly habe. Weil der Shelly vielleicht an einem anderen Ort installiert ist. Zum Beispiel einem Ferienhaus. Dann kann ich mir die Cloud zur Hilfe machen. Und zwar gibt es dafür hier das Shelly-Cloud-Node. Das jetzt separat konfiguriert wird. Hier muss ich jetzt erstmal einen neuen Shelly-Cloud-Server hinzufügen. Also die Konfiguration. Und hier stelle ich jetzt entsprechend meine Verbindung zu meiner Shelly-Cloud ein. Dafür ist es am einfachsten, wenn ich hier am PC einfach mal direkt auf die Shelly-Cloud mich einlogge. Um jetzt eine Verbindung zwischen Node-RED und meiner Cloud aufbauen zu können, muss ich in der Shelly-Cloud hier einmal auf die Einstellungen gehen. Dann auf User-Einstellungen und hier auf Authorization-Cloud-Key. Hier muss ich mir jetzt einmal so einen Schlüssel generieren lassen. Und dann sehen wir hier jetzt einmal den Authorization-Key. Den kopiere ich mir einmal. Und hier unten die Server-URL. Auch die müssen wir einmal kopieren. Der Authorization-Key, der geht einmal hier unten auf den Authentication-Key. Und die Server-URL. Und auch die kopieren wir einmal hier oben rein. Klicken dann einmal auf Hinzufügen und auf Fertig. Und über dieses Node ist jetzt die Verbindung zu unserer Cloud hergestellt. Auch hier füge ich erstmal wieder einen Debug-Node hinten zu. Und wir gucken, ob einfach mal was passiert. Aber wie wir sehen, sehen wir erstmal nichts. Damit wir jetzt mit dem Shelly über die Cloud kommunizieren können, dafür wechseln wir jetzt einmal wieder zurück in die Dokumentation. Und jetzt unter Cloud-Control-API. Weil da wird jetzt eine andere Schnittstelle genutzt. Hier sehen wir jetzt einmal in der Dokumentation, dass wir unseren Authorization-Key und unsere Server-URL brauchen. Das haben wir ja alle schon. Und hier unter Communication sehen wir dann die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir mit dem Gerät kommunizieren können. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen runterscrollen zu den Relais, dann sehen wir jetzt hier, wie wir das Relais entsprechend über die Cloud ansprechen können. Das heißt, wir brauchen ein Objekt Devices mit dem Parameter Turn und der ID von unserem Gerät. Zusätzlich dazu ist das Ganze auch nochmal direkt in der Node-RED-Bibliothek dokumentiert. Und hier sieht man jetzt recht schön, was wir brauchen. Wir brauchen einmal den Typen, das handelt sich um ein Relais, dann die ID von dem Gerät, das wir über die Cloud ansprechen wollen, den Kanal, also hier jetzt der Kanal 0, und dann, ob wir das Ganze ein- oder ausschalten wollen. Und das kopieren wir doch jetzt einfach mal hier rüber. Das heißt, ich kopiere mir jetzt hier oben das Ganze. Wenn ihr das jetzt Switch Cloud, also hier das Schalten dann über die Cloud, das verknüpfen wir wieder miteinander. Und jetzt muss hier dieses Objekt hier einfach nur ein bisschen anders konfiguriert sein. Wir haben also jetzt einen Typen, Relais, danach die ID. Und hier ist es jetzt so, dass wir bei der ID die Geräte-ID in hexadezimal brauchen. Die kriegen wir dann auch über die Cloud raus, indem wir jetzt hier auf den Shelly klicken, Settings, Device Information und dann ist hier einmal die Device-ID versteckt. Oder aber wir können auch über die Web-Oberfläche gehen, auch da wird rechts unten die Device-ID angezeigt. Die kopiere ich mir jetzt einmal. Einmal hier rein. Dann brauchen wir noch den Channel. Hier haben wir 0. Und der Wert, ob das Ganze ein- oder ausgeschaltet werden soll, der kommt ja über unseren Schalter. Und da schreiben wir auf die Variable Message.Payload.Turn. Klicke hier einmal auf Fertig, deploye das Ganze und dann können wir mal gucken, ob das darüber auch funktioniert. Und dann sehen wir aber, wenn ich das Ganze bediene, dass wir hier jetzt den Fehler 400 bekommen. Warum? Naja, weil dieser Turn hier, dieser Payload.Turn, der muss entweder vom Wert On oder Off sein und nicht vom Wert True oder False, was ja hier über unser Switch-Objekt kommt. Das heißt, was wir hier jetzt machen können, ist, wir können jetzt an der Stelle mit einem Switch-Node arbeiten. Mit zwei Ausgängen. Einmal für den Wert True und einmal für den Wert False. Kopieren das hier einmal. Dann müssen wir das hier auch gar nicht großartig kopieren, sondern wir löschen hier einfach alles, weil wir wissen ja jetzt, dass wir über diesen Pfad das Ganze einschalten wollen. Also kann ich das Ganze hier auch einfach eingeben. Turn On. Und hier unten passe ich das Ganze auch entsprechend an. Nur haben wir hier dann eben Turn mit dem Wert Off. Das können wir jetzt nochmal deployen und testen das Ganze nochmal aus. So, ich schalte das Ganze jetzt einfach mal ein. Und dann sehen wir, das Ganze dauert jetzt ein bisschen, aber wir sehen, dass auch über die Cloud hier jetzt die Kommunikation stattfindet. Ich kann hierüber jetzt auch wieder ausschalten. Das Ganze jetzt natürlich etwas zeitverzögert, weil das Ganze erst über die Shelly Cloud geht. Also der Befehl geht von meiner Cloud Red Installation an die Shelly Cloud und von der Shelly Cloud dann zurück an den eigentlichen Shelly. Wenn wir jetzt beispielsweise das Energiemessgerät des Shellys über die Cloud auslesen wollen, dann funktioniert das auch über diesen Shelly Cloud Node. Hier nehme ich jetzt einfach mal ein Inject Node. Und was ich jetzt hier einfach definieren muss, ist in meinem Payload ein JSON-Objekt, das aus folgenden Parametern besteht. Einmal wieder dem Typen. Und dabei handelt es sich jetzt um den Typ Status. Und zusätzlich dazu noch die ID. Und das ist jetzt wieder die ID, die wir aus unserer Cloud, jetzt hier in dem Fall von meinem Energiemessgerät, hier einmal kopieren können und hier drüben einfügen. Das haben wir fertiggestellt. Wir können das Ganze einmal übernehmen. Natürlich vorher noch mit dem Cloud Node verknüpfen. Und wenn ich jetzt einmal hier draufklicke, dann sehen wir, bekommen wir jetzt hier die Rückmeldung, hier das Data-Objekt. Und das ist hier unter dem Device-Status-Objekt jetzt wirklich alles, was das Energiemessgerät an Informationen bringt. Also ob das jetzt Informationen darüber sind, inwiefern MQTT eingeschaltet ist, die Cloud-Verbindung etc. Die eigentlichen Energiemessdaten, die sehen wir jetzt hier. Und hier ist jetzt die Auflistung der Daten wieder so, wie als würden wir das Gerät hier direkt abfragen. Einzig und allein eben nur, dass die Geschwindigkeit, mit der hier die Daten abgefragt werden, deutlich geringer ist. Also wir können zum Beispiel an die Shelly Cloud nur einen Befehl pro Sekunde schicken, wobei das in aller Regel auch ausreichen sollte. Das ist also die Verknüpfung über die Shelly-Nodes. Eine weitere Verknüpfungsmöglichkeit mit Node-RED, die es natürlich auch noch gibt, ist über MQTT. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Dafür müssen wir MQTT zunächst mal in unseren Shellys konfigurieren. Also gehe ich hier auf mein Shelly Plus 1 unter Settings und kann hier MQTT aktivieren. Ich aktiviere hier das MQTT-Netzwerk und dann muss ich jetzt hier meine Server definieren, inklusive Username und Passwort. Nachdem ich die Einstellung jetzt hier im Shelly vorgenommen habe, ich habe jetzt hier noch das MQTT-Topic eingestellt. Auf den Namen des Shellys hier kann ich hier einmal das Ganze neu starten. Und danach sollte sich der Shelly mit meinem Broker verbinden. Und das können wir einfach mal rausfinden, indem wir in Node-RED einen MQTT-Node uns schnappen. Einen MQTT-In-Node. Hier muss ich jetzt noch den Broker einstellen. Der läuft jetzt hier bei mir auf einem Raspberry Pi. Das ist aber an der Stelle ja erstmal egal, wo der drauf läuft. Und jetzt muss ich das Topic einstellen, auf das ich mich subscribe. Und da mache ich jetzt einfach mal folgendes. Ich gehe hier in die Einstellungen unter MQTT. Schnappe mir jetzt hier das Topic, das ich hier eingestellt habe. Schräge Raute. Und damit höre ich jetzt auf alle Nachrichten, die von dem Shelly Plus kommen. Und dasselbe mache ich jetzt noch einmal für den Pro 3 EM. Also auch hier das Ganze einmal reinkopieren. Und dann schnappe ich mir zwei Debug-Nodes. Und dann sehen wir schon, kriegen wir hier jetzt die ersten Nachrichten. Und das ist jetzt hier von der Sortierung von den Daten her auch wieder gleich. Also wenn ich jetzt hier mal in das Debug 8 reingucke, das ist ja hier unser Pro 3 EM. Und hier mal in die Parameter EM0, dann sehen wir jetzt hier die Energiemessdaten. Und von unserem Shelly Plus, ich deaktiviere mal wieder das untere Debug, kriegen wir dann zum Beispiel mit, wenn ich jetzt das Ganze hier ein- oder ausschalte, dann kriegen wir auch darüber dann hier entsprechend die Rückmeldung über MQTT. Also MQTT eignet sich dann an der Stelle, um die Rückmeldungen von den Shelly-Geräten auswerten zu können. Ich könnte jetzt hier theoretisch über MQTT auch den Shelly schalten bzw. bedienen. Das würde aber hier jetzt den Rahmen und das Video sprengen. Denn eine Sache fehlt noch, die ich noch zeigen möchte. Und zwar, wenn ich jetzt den Shelly Plus 1 beispielsweise über KNX schalten möchte. Dafür brauche ich dann hier einmal die KNX Ultimate Bibliothek, die ich jetzt hier einmal installiere. Dafür habe ich auch nochmal eigene Videos hier oben das Ganze verlinkt. Und hier ist es jetzt an der Stelle relativ simpel, denn anstatt das Switch Nodes, was wir ja hier jetzt hatten aus dem User Interface, muss ich jetzt hier eigentlich nur meinen KNX Node dazwischen schalten. Das KNX Node hier habe ich jetzt soweit schon eingestellt, dass das Gateway und auch die Gruppenadressen importiert sind. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hier oben nochmal verlinkt. Und dann kann ich jetzt hier meine Shelly Gruppenadresse auswählen. Einmal die Schaltenadresse und einmal die Rückmeldung. Die Schaltengruppenadresse, die kann ich hier einfach jetzt oben mit verknüpfen. Und für die Rückmeldung müssen wir nochmal schauen, was hier in dem Debug Node rauskam. Dafür deploy ich das Ganze einmal und dann sehen wir hier hinten das Objekt. Hier hatten wir das ja über den Switch 0, können wir das über Output herausfinden. Das bedeutet auch hier nehme ich einfach ein Change Node. und setze jetzt hier den Message.Payload auf den Wert Message.Payload. Dann versteckt sich das in Switch.0 und dort unter Output. Das bedeutet, diesen Wert schreibe ich jetzt einfach direkt in die Nachricht und damit ist das Ganze deutlich vereinfacht. Klicke jetzt einmal das Ganze hier auf Bestätigen. Deploye das Ganze. Ich deaktiviere hier nochmal die Debug Nodes. Und dann können wir das Ganze hier einmal austesten. Ich schalte jetzt mal über KNX ein. Und somit haben wir jetzt hier die Verknüpfung zu der KNX-Welt und ich kann über den Glastaster ganz komfortabel Shelly-Geräte bedienen. Hier könnte man jetzt natürlich auch noch Energie-Messwerte von dem Shelly-Messgerät auf dem Glastaster anzeigen. Da sind jetzt an der Stelle natürlich keine Grenzen mehr gesetzt. Das waren jetzt die wichtigsten Verknüpfungen meiner Meinung nach, um Shelly mit Node-RED verbinden zu können. Eben einmal die Shelly-Bibliothek, dann MQTT und gegebenenfalls dann eben auch die Verbindung über die Shelly-Cloud. Was an der Stelle natürlich noch fehlt, das wäre die Verknüpfung zu Modbus. Das habe ich euch aber im Shelly Pro 3 EM-Video gezeigt. Und dann noch die Verknüpfung über TASMOTA. Also ich kann die Shelly-Geräte ja auch mit TASMOTA flächen und dann darüber die Anbindung an Node-RED machen. Zu TASMOTA soll es aber eine eigene Videoserie geben. Deshalb an der Stelle will ich da gar nicht großartig näher darauf eingehen. Damit soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ganz gut mitnehmen, welche Möglichkeiten ihr habt zur Verknüpfung zur Node-RED. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, bis dahin.